Deutsche Wildschweine sind radioaktiv. Also hat Obelix jetzt nichts mehr zu essen? Wildschweinfleisch liegt oftmals weit über den radioaktiven Grenzwerten und das liegt an dem Nuklearunglück von Tschernobyl im Jahre 1986. So weit so normal, aber es gibt das sogenannte Wildschweinparadoxon, denn bei fast allen anderen Pflanzen, Pilz und Tierarten sind die Radioaktivitätswerte mittlerweile wieder auf normalem Niveau. Warum nicht bei den Wildschweinen? Der Grund für die strahlenden Wildschweine ist, dass sie die Konnoisseure des Tierreichs sind. Sie graben mit ihren Rüsselnasen tief ins Erdreich hinein, um an sogenannte Hirschtrüffel zu kommen. Diese Hirschtrüffel wachsen in bis zu 40 cm Tiefe und das Cäsium, das durch die radioaktive Katastrophe in Tschernobyl freigesetzt wurde, das sickert ganz, ganz langsam durch den Boden und kommt jetzt erst bei den Hirschtrüffeln an. Das heißt, dadurch, dass die Wildschweine so tief graben, erwischen sie noch Nahrungsmittel, die radioaktiv belastet sind.